Alle Moderatoren, die in den anderen Bühnen auf der Bühne stehen, bitte kurz auf die Bühne. Wer es jetzt noch geschafft hat, kommt hier zu mir. Ich werde jetzt halt so ein bisschen erzählen. 200 Organisationen sind dabei. Wir haben vier Bühnen. Wir haben Konferenzräume, wo ganz viele unterschiedliche inhaltliche Angebote stattfinden werden. Und wir haben auch so ein sehr interessantes Kinderprogramm. Der Kinderzirk, der Marius, die Aufgriffe sind für halb zwei, halb drei und halb vier. Alles natürlich kostenfrei. Ich würde jetzt gerne noch was zum Brüssel da sagen. Wir haben das Sportangebot und die Pantanbots, vielleicht auch stattdessen dort. Wir haben das Sportangebot und die Pantanbots ausgeschlagen. Und auch der Normalwettbewerb, die Pantanbots von Alemannia, die wir sind auch für Dörfanie. Und falls wir damit zufällig hier sind, würde ich auch gerne noch mal aus der D-Fraktion, die wir sind auch für Dörfanie. Wir sind auch für Dörfanie, die wir sind auch für Dörfanie, die wir sind auch für Dörfanie. Dörfanie, die wir sind auch für Dörfanie. Und die Musik in die Pantanbots. Ich habe auch uns wirklich dryingien geschnitten, die wir sind auch für Dörfanie gerade noch alles. Dörfanie ist auch für Dörfanie, die wir die Dörfanie gerade haben. Ich hoffe, die anderen sind alle schon auf Ihren Bühnen. Ich würde aber noch gerne auf die Konferenz vorliegenweisen, wir sind hinter dem kolinarischen Bereich im ersten Obergeschoss, zum Beispiel werden wir dort auch einen Vortrag über die Ausstellung hören können, vom Pädagogischen Zentrum, die wir hier hinterher zu sehen, die Kolinialgeschichte abend haben. Und außerdem gibt es auch heute in einigen Konferenzräumen 50 Jahre europarische Migrationen ein, und dazu auch die diplomatische Vertretung des Königsreichs im Marokkens, ein ganz besonderes Jahr. Ja, und in jedem Jahr habe ich eine Saarwette ausgesucht und im nächsten Jahr verhofft uns die Saarwette, dass der Herausforderer, die UMA, die Notech, es nicht schafft, 50 Familien auf der Bühne zu bekommen, die in drei Generationen hier abnehmen.